Guten Tag. Guten Tag meine Freunde. Bitteschön. Heute ist 8. März. Ich habe vergessen ein Geschenk für meine Frau Kaufer und ich wollte jetzt was kaufen bei dir. Aber das ist kein Blumenladen. Ich weiß, Junge, ich bin nicht dumm. Du verkaufst ein Cevapcici und Gurek. Cevapcici und Gurek, ja. Ja, deswegen bin ich auch gekommen. Was habe ich von Blumen? Blumen einen Tag heben, dann kannst du wegschmeißen. Wenn Cevapcici essen, dann drei Tage Zeit und diesen guten Geschmack im Mund haben. Bitte zwei Portionen Cevapcici und eine Portion Gurek machen. Wie schnell muss es sein? So schnell wie möglich. Ich darf nicht ohne Cevapcici nach Hause kommen, sonst meine Frau schmeißen sie bei mir raus. Okay. Schnell bitte. Zwei Minuten. Zwei Portionen Cevapcici und eine Gurek, bitte. Vielen Dank meine Freunde. Bitteschön. Ciao. Ciao. Bitteschön.